Moin Freunde, was geht? Willkommen zum ersten Spieltagsschnack der Saison. Ich habe zu den ersten zwei Spieltagen keinen gemacht, weil irgendwie gegen Köln hatte ich danach keine Lust mehr gehabt, habe es am nächsten Tag nicht geschafft, dann war es schon zwei Tage her, dann dachte ich, okay, zum nächsten Heimspiel und nach dem Heimspiel gegen Hertha, da, ja, war ich irgendwie müde, bin schlafen gegangen, dachte, ach, morgen finde ich doch bestimmt Zeit, das zu machen, ich habe keine Zeit gefunden und dann war irgendwie auch schon wieder der andere Tag verstrichen und ich dachte mir, okay, okay, mache ich jetzt zum Pokal halt eben etwas und sage ganz kurz, wir in den ersten zwei Saisonspielen tatsächlich etwas, ich meine, sportlich gibt es da jetzt nicht so viel zu sagen, da ist es relativ ähnlich gewesen, eine solide erste Halbzeit, die ich jetzt auch nicht ganz so gut gesehen habe jeweils, wie viele Stimmen, die ich online gelesen habe, wo wirklich von einer sehr guten ersten Halbzeit jeweils gesprochen wurde, gerade gegen Köln hatten wir vor allem, dass wir wirklich gnadenlos effektiv gewesen sind mit dem, was wir bekommen haben und dann halt eben jeweils eine miserable zweite Halbzeit gespielt haben, wo wir wirklich um die Gegentore gebettelt haben und gegen Hertha halt eben das Pech gehabt haben, nicht zwei gemacht zu haben und so ging das halt eben dann am Ende noch 1 zu 1 aus, leider ist er immer doof, nachdem man 1 zu 0 geführt hat, kurz auf Schluss das Tor zu kassieren, war aber leider Gottes auf jeden Fall verdient gewesen, insgesamt bin ich deswegen schon ein bisschen enttäuscht, weil man zweimal in denselben Fehler verfallen ist und ich deswegen auch wegen einer nur soliden ersten Halbzeit jeweils nicht zu 100% zufrieden bin, gleichzeitig war es keine komplette Katastrophe über 90 Minuten gesehen und wir haben vier Punkte gegen zwei. potenzielle Aufstiegskandidaten, Aufstiegsfavoriten, so würde ich jetzt einfach mal sagen, rein vom Namen her zumindest, geholt, was jetzt auch nicht schlecht ist, was denke ich jeder HSV-Fan vor den Spielen unterschrieben hätte, deswegen ja, ein solider Start in die Saison sportlich, nicht mehr, nicht weniger, mit einer Menge Potenzial nach oben, was so auf den Tribünen abging, da war das erstmal sehr schön, das natürlich ein gegenseitiger Respekt geherrscht hat in Köln, weil es ja auf beiden Seiten in den Fernsehen jeweils, ja, verstorbene Mitglieder gab und das halt eben gegenseitig Respekt gezollt wurde, als halt eben jeweils dann gedacht wurde, oder den Verstorbenen gedacht wurde, fand ich, war eine sehr, sehr schöne Geste, dann natürlich auch eine größere Pyro-Show, um halt eben gegen das Choreo-Verbot zu protestieren, was absehbar war und was auch vollkommen richtig so ist, ich meine, es ist das Limste, was du machen kannst, eine Choreo zu verbieten, weil es könnte ja Pyro gezündet werden, was denkt man denn, was dann passiert richtig, es wird natürlich viel mehr Pyro als eigentlich, möglicherweise gezündet worden, wäre gezündet, ja, die Logik muss man nicht nachvollziehen können, gehen wir mal zum Heimspiel, da habe ich ja generell immer über die Stimmung viel geredet in den Heimspiel-Videos, tun wir es auch jetzt, die Stimmung war tatsächlich sehr, sehr gut gewesen, also das habe ich wirklich nur positiv in Erinnerung, erst einmal natürlich eine Änderung auf der Kapo-Position, darüber haben wir ja schon geredet im Video am 34. Spieltag in der letzten Saison und ja, da was das angeht, war ich zu 100% zufrieden, wie das abgelaufen ist, hat die Tribüne gut eingeheizt, die Tribüne hatte richtig, richtig Bock und hat sehr viel Spaß gemacht, ja, ich habe mir jetzt da halt eben das Spiel nicht so viele Sachen aufgeschrieben, deswegen habe ich jetzt ja auch einige Sachen nicht mehr so wirklich im Kopf, ich habe, wie gesagt, einfach nur im Kopf, dass die Mitmachquote da wirklich relativ hoch gewesen ist, die Leute wirklich Bock hatten, ist im Laufe der zweiten Halbzeit natürlich ein bisschen weniger geworden, aber insgesamt wirklich sehr, sehr gut gewesen zum Start, so kann es dann gerne weitergehen, eins, ich fand es ein bisschen schade, dass man am Ende nicht mitsteht auf den HSV oder im Super Hamburg oder die nochmal das ganze Stadion mitgenommen hat, aber abgesehen davon wirklich sehr, sehr zufrieden, was da bei uns so alles abgelaufen ist und dann, ja, nach den paar Worten kommen wir zum heutigen Spieltag, Auswärtsspiel im Pokal beim SV Meppen, ein Regionalligist, der auch vorhin nicht allzu langer Zeit noch in der dritten Liga gekickt hat und damit eines der schwereren möglichen Lose, würde ich jetzt mal meinen, die man halt in der ersten Runde als Erst- oder Zweitligist so ziehen kann und auch ein Verein, der prädestiniert dazu ist, damit ein Stolperstein für den Hamburger Sportverein zu sein, ich denke mal, wir haben es alle so ein bisschen befürchtet, weil es vor allem noch bisher relativ wenig Überraschungen gab im Pokal, ich glaube, die einzige halbwegs Überraschung war jetzt, dass Bielefeld zu Hause gegen Hannover gewonnen hat und so viel mehr war da jetzt eigentlich nicht, außer das ein oder andere Elfmeterschießen, ich gucke mal, was so auf den anderen Plätzen abgegangen ist heute, ah, Dynamo Dresden hat noch gegen Düsseldorf gewonnen, dritte gegen zweite Liga hier an der Stelle, aber ja, viel mehr war da nicht, morgen geht es dann noch einmal um 18 Uhr weiter, gibt es da noch Spiele, die potenzielle Überraschungen bieten könnten, ich glaube, das Eintracht-Duell, das wird, glaube ich, Braunschweig, damit werden die keine Chance haben gegen Frankfurt, ich denke mal, Bremen wird auch kurz einen Prozess mit Cottboss machen, Kuplenz-Volzburg, Offenbach-Magdeburg, da könnte ich mir vielleicht was vorstellen, aber schauen wir mal, ja, damit jetzt hier heute zum Sportlichen, beziehungsweise bevor es zum Sportlichen kommt, kommen wir auch einmal natürlich kurz auf die Choreo zu sprechen, der Hermann-Rieger-Choreo mit einem Zitat von ihm davor als Zaunpfanne, sehr, sehr schön sah, ob das schön aus und ich wünsche halt immer gut, wenn halt so ein Legenden des Vereins Tribut gezollt wird, vor allem, wenn es halt hier eine Legende betrifft, die nie selber auf den Platz gekickt hat, aber es trotzdem zur Vereinslegende geschafft hat, das muss man auch erst einmal hinbekommen, ja, sprechen wir über die Trikots, der Trikotsatz ist ja jetzt komplett mit allen drei Trikots und es ist nicht wirklich der beste Trikotsatz in der HSV-Geschichte, um es mal nett zu sagen, das Heimtrikot, ja, es ist in Ordnung, aber jetzt auch nichts, wo ich mir jetzt denken würde, boah, hier Leute, nehmt mein Geld, ich will dieses Trikot kaufen, das ist es absolut nicht, aber zumindest fällt dieses Muster, was so eher an Kinosessel erinnert, nicht so sehr auf, wenn es getragen wird, deswegen geht es dann da schon fit, das Auswärtstrikot im Matrosenlook, das ist eine nette Idee, optisch jetzt auch nicht so unfassbar, der Hingucker, aber, ja, geben wir mal ein paar Punkte für die Idee, rumlaufen würde ich damit jetzt auch nicht unbedingt, dann haben wir halt eben das Auswärtstrikot, das rote, was heute zum ersten Mal getragen wurde und das sah wirklich, als es vorgestellt wurde, wirklich langweilig aus, fast schon unangenehm wieder so, dass halt so ein Trikot für die Straße beworben wurde, es war halt einfach so ein komplettes Standarddesign getragen, jetzt mit der Hose, mit den Stutzen, ne, sieht es dann doch wieder ganz ordentlich aus, dass ich sagen würde, das ist wahrscheinlich das Beste von diesem Satz, aber es ist insgesamt halt auch nur in Ordnung und wir hatten dann definitiv auch schon bessere Trikotsätze und dann gehen wir mal rein ins Spiel, die erste Chance hatte die Heimannschaft der SV Meppen mit einem Kopfball, die allerdings einer Ecke drüber geht und in der 17. eröffnet dann Ferai den Score, sag ich mal, mit einem schönen Fernschuss unten links zum 1 zu 0, mir gefällt es dann generell sehr gut in der Phase danach und auch schon davor, wie schnell wir Bälle wieder gewonnen haben beziehungsweise uns nicht wirklich in Bedrängnis gespielt haben, das haben wir auch schon in der Vergangenheit auch gegen vermeintlich eher schwächere Gegner getan, deswegen war das schon mal sehr, sehr positiv. Einzige Ballverlust, die mich so ein bisschen genervt haben, waren halt da eher im Angriffsspiel und ja, 30. Mute, ganz witzige Szene, Baldé liegt da irgendwie eine Mute auf dem Boden, aber als wir den Angriff haben, ist er auf einmal wieder da und anspielbereit, war ganz witzig. Und in der 31. also aus der Baldé-Situation gab es dann halt ein Foul, wo zum Freistoß halt eben entstanden ist und Muheim trifft den Ball wunderbar, haut ihn rein zum 2 zu 0 mit einer netten Variante, wo noch drei Spieler von uns neben die Mauer sich gestellt haben, weggerannt sind und genau da schießt er durch, hat bestimmte Keeper auch ein bisschen verwirrt, weil komplett unhaltbar, würde ich sagen, war der jetzt auch nicht zwingend, aber egal, 2 zu 0 und damit nach 30 Minuten dann doch, ja, relativ entspannt, entspannter als man es im schlimmsten Fall befürchtet hätte. In der 37. gab es dann einen guten Angriff über Yata über Reitz, der dann in einem Direktabschluss von Reitz endet. Der Keeper hat ihn dann allerdings in der 41. macht der Haas von einem vermeintlichen 3 zu 0. Ein geiler Schuss von Meffert, wird pariert, Yata köpft ihn dann im Nachhinein rein und dann geht die Fahne allerdings hoch, es ist abseits gewesen, wird zurückgefiffen, aber die Wiederholung hat dann gezeigt, das war eigentlich eher kein Abseits, weil da noch ein Bein vom Feldheiliger hinter Yata halt eben stand und das aufhebt. Gibt natürlich keinen Videoassistenten in der ersten Runde und am Ende ist es auch wirklich scheißegal. Ich wollte es hier trotzdem natürlich erwähnt haben, apropos Schiedsrichter, es ist auch eine interessante Art und Weise, das 20-jährige Jubiläum von dem Heutzerskandal 2004 gegen Paderborn im Pokal zu feiern, indem man jetzt hier ab 20 Jahre danach in der ersten Pokalrunde vom HSV halt eben Felix Zweier natürlich ansetzt. Ja, muss der DFB ja selber wissen, ob er diese Diskussion immer wieder hervorholen möchte durch solche unüberlegten Ansetzungen. In der 42. oder 44. gab es dann zwei Unsicherheiten im Aufbauspiel, abgesehen davon habe ich nicht viel zu bemängeln, vor allem weil Heuer Fernandes da auch sofort zur Stelle gewesen ist. Apropos Heuer Fernandes, er ist ja jetzt auch erstmal wieder unsere Nummer 1, was mich sehr freut, weil ich ihn generell vor Raab sehe, in ihm den größeren Rückhalt sehe als Raab und ihn auch eigentlich mit dem Ball am Fuß besser finden als Raab. Das ist kein Raab-Hate, ich bin mit Raab auch absolut zufrieden, aber habe nie zu 100% nachvollziehen können, wie so Raab Heuer Fernandes jetzt verdrängt hat und bin deswegen erstmal ganz happy, dass es jetzt so ergeben hat, dass Heuer Fernandes jetzt erstmal wieder die Nummer 1 ist. Aber ich denke mal, das wird dann, sobald das erste nicht so gut zum Spiel von ihm kommt, wird sich das wahrscheinlich wieder ändern. Aber schauen wir mal, was passiert. Auf jeden Fall haben wir da zwei Torhütern, die ich auf jeden Fall gerne hinten im Tor sehe. Deswegen ist ein Luxusproblem, aber schön, dass Heuer Fernandes hier dann doch sich erstmal vorübergehend durchsetzen konnte. Somit geht die erste Halbzeit zu Ende mit einer sicheren Leistung. Und da habe ich mir schon aufgeschrieben, mal gucken, ob wir jetzt in der zweiten wieder so abfallen wie in den anderen beiden Spielen. Und Spoiler, das Ganze ist nicht passiert. Erstmal gab es eine schöne Aktion, wo auch gezündet wurde im Gästeblock, was komplett geil ausgesehen hat in unseren Farben. Und in der 56. kommt Selke rein, nach ein paar Sekunden haut er den Ball sofort zum 13-0 rein, jubelt in der richtigen Kurve. Das hat der Kommentator erwähnt gehabt. Ja, scheinbar in Meppen ist er nicht so beliebt, weil er mal ein bisschen provokativ bei einem Last-Mann-Treffer für die Hertha vor ein paar Jahren gejubelt hatte. Schon irgendwie ganz witzig, weil mit Köln und Hertha hatten wir zwei Ex-Vereine von Selke, wo er natürlich auch mal Pfiffe kassiert hat. Und jetzt das dritte Spiel für den HSV, schon wieder Pfiffe. Also der Mann hat es hier aktuell wirklich nicht leicht, was halt eben die gegnerischen Fans angeht. In der 59. wenn nicht der Deckel mit dem 3-0-E schon drauf war, sagt jetzt Ferai dafür, indem er nach einer Ecke das 4-0 erzielt. In der 72. kommt dann das 5-0, Ball D darf, nachdem Ferai den Ball nach einem schönen Dribbling ablegt. Dann den Ball auch nochmal reinschießt, macht sein erstes Tor, sein erstes Profitor für den Hamburger Sportverein. Und in der 80. gibt es dann noch einmal ein schönes Eigentor, wo eine Aktion von Glatzel geklärt wird. Der Keeper allerdings lässt den Ball durch, er kullert rein, er steht 6-0. Und in der 89. macht Glatzel dann noch das 7-0. Und in bester deutscher Brasilien-Manier muss natürlich dann noch der Anschluss kommen, das 1-7. Ja, kann man natürlich gönnen, aber wäre natürlich auch schön gewesen, hier zu 0 zu spielen. Aber okay, hatten die Map-Nav-Fans am Ende noch ein bisschen was zu feiern. Ist ja auch ganz nett. Und am Ende ist das damit ein Auftritt, mit dem ich absolut zufrieden bin. Das muss man auch mal sagen. Ein Viertligist ist jetzt auch nicht die Laufkundschaft schlechthin. Vor allem ein Viertligist, der jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch in der 3. Liga gekickt hat. Und damit den 7-1 erstmal wegzuhauen, das ist auch eine Sache, die muss man anerkennen. Das ist sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man mal die ganzen anderen Ergebnisse anguckt. Ich glaube, da hat nur Elbersberg mit einem 7-0 bei Hildesheim höher gewonnen bisher. Wir hätten gleich gezogen. Deswegen nervt mich dieses 1-7 dann doch ein bisschen mehr, als es eigentlich sollte. Deswegen eine Leistung insgesamt, auf die man sehr, sehr stolz, was heißt stolz, eher gesagt, zufrieden sein kann. Wie es am Ende gelaufen ist, wie hoch man hier am Ende gewonnen hat. Und ja, damit bin ich jetzt hier auch aktuell zufrieden. Wenn wir ähnlich dominant gegen die vermeintlich Kleinerin in der 2. Liga spielen, ja, dann bin ich zufrieden. Ich erwarte natürlich kein 7-1, aber ein relativ ungefärdetes 2-0 würde mir da auch schon absolut reichen. Dann bin ich happy. Dann bin ich auch deutlich mehr happy mit Baumgart, weil wir haben ja bisher eher gegen stärkere Gegner, die auch selber eher ein bisschen das Spiel machen wollen. Gespielt, das hat man so auch in der Statistik gesehen. Da warte ich halt noch in der Liga auf den ersten etwas schwächeren Gegner. Weil jetzt auch mit Hannover auswärts ein Team, was eher in der oberen Hälfte am Ende stehen müsste. Vom Kader her zumindest wartet. Mal gucken, wie das laufen wird. Und damit würde ich sagen, habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Mir fällt bestimmt jetzt noch im Schnitt das ein oder andere ein, was ich noch zum Heimspiel gegen Hertha stimmungstechnisch sagen wollte. Ich habe da aber, wie gesagt, das leider spontan alles irgendwie vergessen. Meine nächste Stimmungsmeinung zu einem Heimspiel gibt es aber auch leider erst beim dritten Heimspiel gegen Jan Regensburg ist es, glaube ich. Weil gegen Preußen Münster ich halt leider nicht zugegen bin. Denn da ruft der Urlaub. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir enden das Video mal. Leute, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich trotzdem bis in alle Ewigkeit. Nur der HSV. Bis zum nächsten Mal.